PPP, der Provinzklassen-Podcast. Und damit herzlich willkommen zum PPP, dem Provinzklassen-Podcast. Ich bin Marvin Schmitz und habe heute an meiner Seite Tim Verzaun und Christoph Ehren. Guten Tag. Nach zweiwöchiger Abstinenz bin ich wieder zurück und freue mich wieder hier zu sein bei euch Jungs. Ich weiß ja nicht, wie es euch die zwei Wochen ergangen ist. Uns hat der wichtigste Teil gefehlt. Ich fühle mich endlich wieder ganz. Das hast du aber schön gesagt, Tim. Ich würde sagen, damit kommen wir zum Programm von heute. Wir haben zwei Spiele im Angebot. Einmal P2 und einmal P3. Ich war gestern in Wallon beim Ost-Belgien-Derby zwischen der Union und dem Honsfelder SV. Und ihr beiden, ihr wart in Hotfanya zu Gast. Und zwar hat Rocherath ja da die Möglichkeit gehabt, schon fast die Tür zuzumachen in Sachen Meisterschaft. Hat leider am Ende nicht ganz geklappt. Wir wollen aber zum Anfang nicht vorwegnehmen, dass der RFC Raren ein hat und es leider nicht geschafft hat, gestern vorzeitig Meister zu werden. Haben 0 zu 1 verloren in Lüttich und somit wird der Sekt erstmal um eine Woche verschoben und weiter in den Kühlschrank getan. Für Rocherath galt wie gesagt dasselbe. Sie hätten es schon schaffen können. Jungs, am Ende haben sie verloren. Das relativ deutlich, wie ich finde. Jetzt müsst ihr mir erstmal sagen, wie deutlich ist es ausgegangen und warum? Es ist 0 zu 3 ausgegangen aus Rocherath-Sicht und das meiner Meinung nach auch völlig verdient. Jetzt muss man natürlich sagen, Rocherath hätte Meister werden können. Nicht direkt aus eigener Kraft, weil sie hätten den Sieg gebraucht. Und schützen Hilfe aus St. Fit. Die hatten Femmowil vor der Brust. Und Femmowil hätte nicht gewinnen dürfen. Nur das sah man halt schon nach einer Viertelstunde, dass gestern nicht Rocherath hätte Meister werden können. Weil da stand Femmowil schon 4-0 gewonnen gegen St. Fit. Von daher war das relativ schnell klar, dass das nichts geben wird. Und Rocherath hat seinerseits auch nicht wirklich viel dafür getan, dass sie eben Meister werden können. Denn wie gesagt, der Sieg ging meiner Meinung nach völlig in Ordnung. Auch in der Höhe, weil Hocherath gestern eigentlich das perfekte Spiel abgeliefert hat. Sie haben hinten sehr sicher gestanden. Man hat gesehen, warum das eine der besten Defensiven der Liga ist. Sie haben ja auch jetzt schon 15 Mal in dieser Saison zu 0 gespielt. Und Rocherath hatte nicht die Mittel und sehr selten die Lösungen, vorne sich durchzusetzen. Und auf der anderen Seite hat Hocherath dreimal eiskalt zugeschlagen. In wichtigen Momenten, wie ich fand. Und dementsprechend dann mit 3 zu 0 gewonnen. Oder Christoph, wie siehst du das? Das sehe ich genau wie du. Denn auch in der ersten Halbzeit haben wir eigentlich von beiden Mannschaften nur eine größere Torschance gesehen. Und die war die von Moussa Diané, die Andy Ganser dann noch stark parieren konnte. Und in der zweiten Halbzeit hat Tothfani dann Rocherath immer mehr sein Spiel aufgedrückt. Immer mehr mit langen Bällen gearbeitet, sodass Rocherath auch irgendwann mit langen Bällen spielt. Und ich meine, wir haben Rocherath oft genug diese Saison gesehen. Und das ist nicht ihr Spiel. Ich meine, klar, in Ovifat, der Platz ist auch wesentlich kleiner als beispielsweise der in Rocherath. Aber gut, das weißt du ja auch, bevor du da anreist. Und dementsprechend hat sich Rocherath damit auf keinen Fall nur Fallen getan, dass sie sich immer mehr dem Spielstil von Tothfani angepasst haben. Und Tothfani nutzt das dann eben so aus, wie sie es können. Machen ihre Tore. Und gut, also nach dem 2-0 hat Rocherath dann halt auch aufgemacht und es 3-0 ist ein Konter. Also dementsprechend ist das dann auch für die Art Spiel ein typisches Ergebnis. Nun war es ja so, dass über große Teile der Saison jede Menge DG-Teams oben mit um die Meisterschaft kämpften. Nun sind die Rocherath die einzige Mannschaft, die diese Fahne eben noch hochhält. Es geht im Kampf gegen Hothfani und Femmowil jetzt im Endspurt dann eben um diese Meisterschaft. Ist das denn aber, auch wenn wir nur noch einen DG-Klub dabei haben, gerade das Schöne, dass es am Ende nochmal so richtig spannend wird jetzt? Natürlich, deswegen liebe ich die P3, weil es halt eben spannend ist, oben und unten. Ich meine, man darf nicht vergessen, dass unten auch noch alles möglich ist. Da hat Bödingen zwar jetzt einen riesen Vorteil durch die 4-Punkte-Vorsprung oder die 3-Punkte-Vorsprung auf Welkenrad und die 4 auf Leibuch. Trotzdem geht da unten noch alles ziemlich gut ab. Und oben halt auch. Und das ist das Schöne natürlich. Ich meine, du hattest immer in den Ost-Belgern in den letzten Jahren, seitdem ich quasi im Provinzfußball arbeite. Du hattest am Anfang Kelmis B, die ja ziemlich klar schon vor der Saison als Meister feststanden. Plus dann noch einige DG-Teams in der Endrunde, zum Beispiel dann, wie gesagt, Valhorn. Und letztes Jahr hattest du Honsfeld und Rocherath auch noch lange oben mit dabei. Und dieses Jahr dann halt auch wieder Rocherath plus dann St. Viertlonsen und Bütchenbach in der Endrunde. Und das ist schon ziemlich cool, dass man jede Woche noch was zu schreiben hat und dass vor allem auch jede Woche im Prinzip alles anders aussieht. Dass du nicht immer denkst, was schreibe ich denn jetzt, weil das habe ich ja letzte Woche schon geschrieben. Du kannst jede Woche was anderes schreiben. Spannung ist auf jeden Fall gegeben. Wobei man sich natürlich auch, also zumindest ich persönlich hatte mir noch gewünscht, dass vielleicht Lonsen und sein Fit dann auch weiter mitmischen können. Weil das dann auch für uns interessant gewesen wäre. Aber gut, ich meine, Lonsen hatte sich da schon Donnerstag verspielt in Goey, als wir auch gucken waren. Also da haben sie ihre Chancen nicht genutzt. Und mit den drei Punkten, die sie da potenziell hätten holen können, hätten sie auch noch auf jeden Fall oben mitspielen können. Ab da war dann halt klar, dass Lonsen schon mal rausfiel. Und ja, sein Fit hat sich ja dann auch sehr schwer getan gegen Femmourville. Also dementsprechend ist das dann halt so, wie es ist. Wobei man halt sagen muss, dass wirklich für den Kampf um die Aufstiegsrunde ja quasi fast noch spannender ist als das Aufstiegsrennen. Also beziehungsweise als das Rennen um den Meistertitel. Also da darf man sich aus DG-Sicht und im weitesten Sinne auch aus belgischer Sicht, weil man darf ja nicht vergessen, Ovi liegt ja auch gefühlt in der DG. Und auch Femmourville ist ja sehr deutschsprachig geprägt. Kann man sich da auf jeden Fall glücklich schätzen, dass in der P3 man immer wieder Spiele sehen wird. Auch jetzt noch in der Aufstiegsrunde, wo sich die Leute gut kennen, wo wir die Mannschaften auch gut kennen und wo wir auf jeden Fall noch schöne Spiele zu sehen bekommen. Ja, wir haben es glaube ich vor einigen Wochen auch schon angesprochen. Es sind sechs Mannschaften, die um die Top-5-Plätze kämpfen. Das heißt, einer wird strahlen, drei beziehungsweise vier werden noch ein relativ großes Lachen haben und einer wird eben in Tränen ausbrechen, sage ich jetzt mal am Ende der Saison. Weil ja, das ist dieser sechste Platz, der ist irgendwie schon so ein bisschen eine Tragik, oder? Weil man sagt ja eigentlich immer so, der zweite Platz ist das, was man nicht werden will in der dritten Provinzklasse. Beziehungsweise generell in der Provinzklasse ist es ja so, du willst nicht Sechster werden, oder? Gerade wenn du eigentlich die ganze Saison oben mit dabei warst, teilweise ja sogar an Platz 1 geschnuppert hast und jetzt darum kämpfen musst, überhaupt in den Top-5 zu bleiben. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Nur die Tragik ist halt vor allem, dass einige Mannschaften jetzt quasi personell auf dem Zahnfleisch gehen. Das ist das Problem bei Lonson, die sehr wichtige Spieler, um nicht zu sagen ihre Schlüsselspieler, verletzt haben. Und das ist auch das Problem bei St. Fitt. Das Positive bei Lonson ist halt, dass sie einige Punkte Vorsprung hatten vor St. Fitt. Weil sonst wird Lonson vielleicht genau da stehen, wo St. Fitt jetzt steht, nämlich außerhalb der Endrunde. Und ja, wie gesagt, bei St. Fitt wird es halt ganz schwer und es kommt dann wahrscheinlich zwischen diesen beiden Mannschaften wirklich auf dieses eine letzte Spiel an, wo St. Fitt zu Hause gegen Lonson spielt. Und da kann natürlich auch Büttchenbach dann noch einiges draus holen, weil sie haben keinen direkten Konkurrenten mehr vor der Brust. Das heißt sozusagen, die letzten Wochen haben es jetzt so gedreht, dass Büttchenbach eigentlich eine recht, sagen wir mal, komfortable Ausgangsposition vor dem Schlussspurt hat. Im Gegensatz zu den zwei anderen Mannschaften, wir dürfen nicht vergessen, die Lonsoner haben ja neben St. Fitt dann auch noch Hochrad vor der Brust. Also das Restprogramm vom KSC ist ja alles andere als ein Zuckerschlecken, sage ich mal. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und es gibt ja nicht nur dieses direkte Aufeinandertreffen zwischen St. Fitt und Lonson oder auch Lonson und Rocher. Du hast ja unter der Woche jetzt noch Rotfahne Femmowil und deswegen ist Büttchenbach schon im Vorteil, weil sich alle Mannschaften da oben noch gegenseitig die Punkte wegnehmen. Und Büttchenbach halt quasi als lachender Dritter in dem Sinne quasi von hinten rauf kommen kann. Sie könnten sich also sozusagen noch das Heimrecht vielleicht sogar erspielen durch diese gute Position. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie wichtig das für solche Mannschaften ist. Wie seht ihr das? Ist das Heimrecht hier in so einer Aufstiegsrunde halt auch was, was so eine Mannschaft gut gebrauchen kann, sage ich mal? In der Aufstiegsrunde ist es ja sowieso so, dass alles wieder bei Null anfängt. Da ist es ganz egal, ob du die Saison über dominiert hast und dann auf Platz zwei gelandet bist oder ob du glücklich noch auf Platz fünf springst und dadurch in die Endrunde kommst. Da ist ja das perfekte Beispiel hier vor zwei Jahren gewesen. Wir haben ja eben über Wallhorn gesprochen, die ja vor zwei Jahren in die Endrunde gerutscht sind als Fünfter und dann gegen Rocherath quasi hätten Baden gehen müssen. Da haben die Wallhorner ja gesagt, wir hätten da nach 90 Minuten 0,5 voll verlieren können. Da hätte sich keiner beschwert und da haben die Elfmeterschießen noch gewonnen. Deswegen in der Endrunde fängt alles bei Null an und da ist ein Heimrecht natürlich von Vorteil, weil jeder spielt lieber zu Hause als auswärts. Also dürfen wir gespannt bleiben auf die letzten Spiele. Es wird also an den letzten Spieltagen in der dritten Provinzklasse nochmal richtig zur Sache gehen. Und das ist natürlich dann nicht nur schön für die Mannschaften und die Fans, sondern auch für uns. Wir wollen die Spannung ja erleben. Christoph, würdest du sagen, dass so wie die Tabelle jetzt ist, sie auf keinen Fall bis zum Saisonschluss bleibt? Im Zweifelsfall hätte ich jetzt ja gesagt, weil wir auch über die ganze Saison in der dritten Provinzklasse D immer wieder diese akuten Wechsel, da oben gesehen haben. Und ich hätte jetzt auch wirklich spontan gesagt, dass diese Rochade da oben weitergeht. Denn ich weiß es noch nicht, ob nicht das Spiel am Donnerstag vielleicht sogar vorentscheidend für die Endrunde sein wird. Mehr noch als für den Meisterschaftskampf. Weil ich glaube, dass das je nachdem, wie sowohl Femmerville als auch Rod Fania wehtun kann, wenn du da die drei Punkte nicht holen gehst. Und ein Unentschieden wird halt beiden auch nicht wirklich helfen, gesehen auf die letzten Spiele. Und da muss man dann mal sehen, wie das ist. Aber ich finde das insgesamt schwierig. Ich dachte jetzt, dass in den letzten Wochen Bündchenbach so einen richtigen Schlag auf den Kopf bekommen hat. Haben sie aber offensichtlich nicht. Sie sind ja jetzt auch wieder mittendrin im Kampf. Also dementsprechend kann man das, glaube ich, da sehr schwierig abschätzen. Und deswegen ist es auch für mich höchstwahrscheinlich, dass wir nicht da mit den Plätzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, wie sie im Moment da stehen, verweilen werden. Anders ist das aus ostbelgischer Sicht ja in der zweiten Provinzklasse. Da haben wir ja eigentlich alle Entscheidungen aus DG-Sicht jetzt schon erlebt. Oder nicht, Marvin? Ja, da hast du eigentlich so gut wie recht mit, Christoph. Es ist eben nur noch der FC Eupen, die ja noch um die Aufstiegsrunde kämpfen in der zweiten Provinzklasse. Da aber gestern dann auch wieder einen kleinen Dämpfer bekommen haben, haben nämlich in recht mit 1 zu 2 verloren. Das Glück ist, dass der direkte Konkurrent aus Stavlo ebenfalls verloren hat. Dadurch ist der Rückstand aktuell zwei Punkte auf die Aufstiegsrunde. Aber sie haben noch ein Spiel weniger. Die Jungs aus Stavlo spielen am Donnerstag in recht, wo der FC ja verloren hat. Und falls sie das Spiel eben gewinnen sollten, rutschen sie einen Platz nach oben aus Stavlo. Und dann hätte der FC Eupen vier Punkte Rückstand auf diese Aufstiegsrunde. Das ist dann Prof Frontiere, die diesen fünften Platz dann innehalten würden. Ja, und dann wäre das halt mit zwei Spielen, die noch verbleiben, richtig schwierig. Sie spielen zwar noch gegen Verviers, aber zum Schluss kommt es dann zum Spiel in Sar. Ja gut, und gegen einen aus der Top 5 muss man das Spiel dann auch erstmal gewinnen. Und sie brauchen halt eben auch irgendwo ein bisschen Schützenhilfe, dass sie dann noch in diese Aufstiegsrunde rutschen. Die anderen Mannschaften stehen alle gesichert im oberen Mittelfeld bzw. im unteren Mittelfeld. Da kann nichts mehr passieren. Da wird niemand was mit dem Abstieg zu tun haben. Und von daher ist es ja relativ ruhig in der zweiten Provinzklasse, sagen wir mal. Wie gesagt, der FC Eupen hat noch eine kleine Chance, in die Aufstiegsrunde zu gelangen. Ansonsten ist für den Rest der Mannschaften eigentlich noch zwei Spiele zu gehen. Alle haben eine ruhige Situation. Da gibt es eigentlich nichts mehr Gravierendes zu erwarten. Schützenhilfe bräuchte Eupen dann ja unter der Woche schon aus Recht. Und Recht habe ich ja vor zwei Wochen gesehen. Die haben 2-2 in Wallhorn gespielt. Da sprachen wir dann in der letzten Woche von. Und ein 2-2 in Wallhorn, das hast du jetzt auch gesehen am Sonntag, Marvin. Da hat Wallhorn gegen Honsfeld gespielt. Das hat Tim auch zwei Punkte im Tippspiel besorgt quasi. Erzähl uns mal, wie es dazu kommen konnte. Ja, die zwei Punkte im Tippspiel gab es förmlich in letzter Minute, beziehungsweise in den letzten Minuten. Denn Honsfeld stand ja bis kurz vor Schluss noch 0-2 verloren in Wallhorn. Und Wallhorn sah eigentlich aus wie der sichere Sieger, weil Honsfeld eben über 80 Minuten nicht wirklich viel offensiv zustande gebracht hat. Nicht wirklich viele Torchancen. Ich meine, sie hatten ein, zwei gute Chancen. Das war aber gerade dann auch mit dem 0-2 im Rücken, fand ich teilweise nicht wirklich zwingend genug. Ja, und dann in der Schlussphase war es dann eben der Mann vom Dienst, wenn es ums Tore schießen geht beim Honsfelder SV, Daniel Henkes, der sein Team auf 1-2 heranbrachte. Ja gut, dann kam das Feuer natürlich nochmal auf. Und durch einen Freistoß direkt an der Strafraumgrenze aus zentraler Position besorgte er ja dann eben zwei Minuten vor dem Ende den Ausgleich für die Honsfelder. Und dann gab es dann eine friedliche Punkteteilung, obwohl es, wie gesagt, lange Zeit danach aussah, dass Wallhorn die drei Punkte eben an- bzw. auf der Rotsch behält. Und ja, es war ein Spiel, in dem es nicht sehr, sehr viele hochkarätige Chancen gab. Es war ein Spiel unter schönstem Wetter, wo man beiden Mannschaften, finde ich, aber auch so ein bisschen angemerkt hat, dass es jetzt eben zur Saisonschlussphase nicht mehr unbedingt um alles geht. Und dann ist Wallhorn eben in Führung gegangen in der ersten Halbzeit durch Benoit Laschet, durch einen wirklich sehenswerten Treffer, weil da liegt der Ball dann irgendwann frei aus 20 Metern zentraler Position im Mittelfeld. Und er zieht dann von da ab und setzt das Ding genau neben den linken Pfosten. Da war dann auch nichts zu machen für Dennis Hart im Tor der Honsfelder. Also da konnte er sich so lang machen, wie er wollte. Da kam er einfach nicht hin. Und in der zweiten Halbzeit gab es dann eben einen Konter, weil Honsfeld Abba versuchte immer weiter nach vorne zu drücken auf den Ausgleich. Gab es dann einen Konter, den El Abadi dann abgeschlossen hat. Das war noch relativ lustig, weil er dann am Torwart vorbeiging. Der Verteidiger sprintete dann noch Richtung Linie und dann wollte er den Ball förmlich also ins Tor rollen lassen, El Abadi. Dann kam der Verteidiger nochmal mit dem Bein da dran und dann hat er einfach nochmal gegen den Ball einfach richtig getreten, um ihn irgendwie über die Linie zu drücken. Und dann war er da doch drin. Und ja, es sah eigentlich danach aus, dass es wie gesagt die zwei Punkte dann in Wallhorn bleiben, beziehungsweise die drei Punkte in Wallhorn bleiben. Aber ja, es hat am Ende nicht, nicht soll es sein für die Wallhorn. Sie haben zwar bis kurz vor Schluss dann geführt und kriegen dann halt eben noch diesen Gegentreffer. Aber am Ende finde ich es trotzdem eine 2 zu 2 Punkteteilung, mit der glaube ich beide leben können. Da wie gesagt, beide denke ich eine relativ gute Saison bislang gespielt haben. und eben im ruhigen Fahrwasser sind zum Saisonabschluss. Also friedliches 2 zu 2. Kann jeder mitleben. Das denke ich auch. Wie gesagt, die Enttäuschung wird mit Sicherheit ein bisschen da sein, wenn man so lang geführt hat. Aber im Endeffekt ist es ein Resultat, denke ich, dass beide überleben werden. Du sprachst von Dennis Hart, also der hat dann ja bei Hunsfeld auf einer Position gespielt, bei der man sonst Andreas Henkes sieht. Hat man auch ansonsten einige Spieler gesehen, die vielleicht sonst nicht spielen und dann eben perspektivisch auf die nächste Saison gesehen mal ausprobiert wurden auf verschiedenen Positionen? Oder haben beide Mannschaften eher das System gespielt, was man von ihnen kennt und auch mit den Spielern, die man da kennt? Also ich fand, größtenteils waren es die zwei Stammmannschaften, die auch sonst auf dem Feld standen. Klar, mir ist aufgefallen, dass Andreas Henkes, er saß auf der Bank. Hunsfeld hat aber auch viele verletzt. Also perspektivisch gesehen kann man natürlich sagen, sie haben einige Leute ausgetestet, aber sie haben es vor allem auch aus der Not heraus getan. Ja, bei Wallhorn muss ich sagen, fand ich, dass es da eigentlich nicht viele Überraschungen gab in der Aufstellung. Also er hatte halt mit Micha Mais und Andi Falkenberg noch zwei Flügelspieler auf der Bank, die man ansonsten auch ab und zu schon mal in der Startelf wiederfindet von Union Wallhorn. Aber ansonsten war das eigentlich dieselbe Aufstellung wie immer. Christoph Bohn war gestern nicht dabei bei den Wallhornern. Aber ansonsten war das soweit eigentlich die Top-11 und ich glaube, dass beide Mannschaften das wie gesagt, also ich glaube, die genießen oder können das jetzt auch noch genießen, diese letzten Spieltage, gerade dann, wenn es so ein Wetter ist, wie am Sonntag, sollten sie das auch tun, weil für beide Mannschaften wäre es ein ruhiger Saisonausgang, denke ich mal. Und da versucht man halt einfach nochmal über 90 Minuten jeweils in den Spielen seinen Spaß zu haben und das Beste draus zu machen. Christoph, du hast es eben ganz am Anfang schon angesprochen. Ich habe zwei Punkte bekommen. Ich hatte 1-1 getippt und er ist ja 2-2 ausgegangen. Also Daniel Henkes, wenn wir uns nochmal sehen, wenn ich effektiv deswegen Meister werden sollte, kriegst du ein ganz dickes Bier von mir. Da kannst du mich gerne dran erinnern. Und damit kommen wir zum Tippspiel, ne Jungs? Ja, und warum kann Tim Meister werden? Wir haben es eben schon mal angesprochen, dieses Gefühl. Du bist über Wochen Erster, hast niemand in deinem Rücken, du hast hinter dir eine Kluft von Punkten, die uneinholbar scheint und dann auf einmal drei Spieltage vor Schluss fängst du auf einmal an zu schwitzen. Denn an der Tabellenspitze herrscht auf einmal Punktgleichheit. Herr Christoph Heeren. Ja, angefangen zu schwitzen habe ich ja wahrscheinlich schon vorher. Spätestens vor zwei Wochen habe ich mir eigentlich gesagt, ja jetzt lass das mal mit den hohen Tipps und fang mal an vielleicht ein bisschen mitzudenken. Aber seitdem habe ich eigentlich nur noch weniger Punkte gemacht. Also ich glaube, ich gehe wieder auf die richtig riskanten Tipps, auf die hohen Tipps und ich glaube auch, dass ich dann im Saisonentspruch noch eins reißen kann. Ja, weil vor allem Stand jetzt kommen ja bei mir noch die fünf Punkte vom Rocherrad-Meister-Tipp hinzu. Heißt, du musst auf jeden Fall was vorlegen, denn deine Tippausbeutel in den letzten Wochen war ja nicht mangelhaft, die war ausreichend. Ja, da muss was kommen. Ich meine, er kann ja was riskieren. Wir haben ja als Spiele Lonsen gegen Rocherrad und Raren gegen Ugri und ich würde sagen, wenn du was riskieren willst, tipp auf Ugri. Aber du wirst zwar dann baden gehen, aber du willst ja was riskieren. Ja, ich wollte eher so mit den Höhen der Siege, die ich tippe, etwas riskieren. Aber ich muss eigentlich... 8 zu 0 für Ugri. Ja, ich muss auch einfach mal anfangen auf Unentschieden zu tippen, wenn ich sehe, wie viele Punkte Tim in den letzten Wochen nur mit seinem blöden Unentschieden gemacht hat. Das ist unglaublich. Also, naja. Ja, aber ein Einatmen würde ja theoretisch ein Punkt reichen. Also, du kannst da auch auf Unentschieden tippen. So ist das nicht. Ja, können wir nicht erstmal gucken, was ihr tippt und dann gucke ich mal, was ich tippe. Wir fangen erstmal an mit Lonsen gegen Rocherrad. Ach man, ich hatte mir jetzt gerade meinen raren Tipp zurechtgelegt. Ja, da musst du gleich nochmal überlegen. Da musst du die Synapse gleich nochmal anstrengen. Nein. Ich habe schon mal aufgeschrieben. Alles klar. Wir fangen an mit Lonsen gegen Rocherrad und ja, wir haben ja den Meistertipp Rocherrad. Das heißt, ich gehe mal einfach mal davon aus, dass Tim auch auf Rocherrad tippen wird. Exakt. Und zwar nicht nur, weil es mein Meistertipp ist, sondern weil Lonsen im Moment personell am Stock geht. Deswegen sage ich, dass Rocherrad in Lonsen gewinnen wird und zwar mit 1 zu 3. Jetzt werden wir mal sehen, wie viel Risikobereitschaft Christoph denn hat. Denn wenn er sie nicht hat, dann tippt er jetzt ebenfalls auf einen Rocherrader Sieg. Ah ne, das werde ich aber nicht tun. Ich tippe tatsächlich auf einen Lonsener Sieg und zwar einen relativ klaren, auch jetzt wie in Uwifat gesehen, ich tippe auf einen 3 zu 0 für den KSC Lonsen. Ja, die Risikobereitschaft dürfen wir ihm nicht abstreiten, Tim. Also die ist auf jeden Fall da. Ja, ich habe Respekt. Also wenn das wahr ist, dann darfst du nie mehr nach Rocherrad. Ach was. Also ich glaube, die haben bisher sowieso Ergebnisse immer so erzielt, wie sie wollten und nicht wie ich getippt habe. Die Sache ist eher, ich darf nicht mehr nach Sanfit. Ich habe sie als Meistertipp getippt und seitdem hat es leider nicht mehr viel Erfolgreiches in diesem Sinne gegeben. Aber gut, das war mir ja auch schon vorher bekannt, dass ich nicht mehr auf Sanfit setzen darf. In diesem Fall muss ich das ja zum Glück nicht. Ich sage, dass ich auch hier eigentlich auf niemanden setze, denn ich gehe auf einen Unentschieden, weil das hat Tim ja so gut geholfen. Vielleicht hilft es mir auch und ich sage 2 zu 2. Werde ich jetzt hier zum Trendsetter oder was? Ja, so ein bisschen. Ich meine, diese Unentschieden-Taktik hat ja ganz gut teilweise funktioniert, wobei ich mich erinnere, du hast hier, ich glaube, es war Wallern gegen Eupen, Eupen gegen Wallern und so rum. Habe ich 0-0 getippt. Ja, das war ein Tipp, der war für in der Tonne, aber nein, jetzt kommen wir mal zum... Sagt der, der zwölf Punkte hinter mir liegt, ne? Ja, aber ich tippe ja auch nicht 0-0 bei dem Spiel, wo safe Tore am Fließband fallen. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Wir sprechen jetzt über das viel Wichtigere und zwar sprechen wir jetzt über Champagner, denn Raren Einheiten hatten wahrscheinlich schon kühl stehen, er wird bis nächste Woche noch kälter werden und Jungs, gegen Ugre gibt es ja wohl nichts anderes als den Meistertitel und damit den Aufstieg, oder? Genau, ich hoffe es. Ich habe 4 zu 0 getippt für Raren. Christoph, bietest du mehr? Ich denke, ja. Also, ich biete ein Spektakel. Fragt sich mal, in welche Richtung? Und ein Spektakel sieht für mich so aus 6 zu 2 für Raren einanden. Das ist nur damit, wenn Tim bei 4-0 Rechter, der trotzdem zwei Punkte bekommt. Genau das habe ich mir auch gerade gedacht. Gut kalkuliert, Herr Ero. So war es aber nicht gedacht. Also, ein bisschen, aber gut. Ich habe ja jetzt doch wieder nicht auf Unentschieden getippt, also dementsprechend ganz Tims Trends folge ich dann doch nicht. Ja, ich kann ja jetzt vielleicht auch dieselbe Tordifferenz nehmen. 8-4 oder so, oder 12-8 ist auch noch frei. Wenn du 12-8 tippst und das passiert, dann kröne ich dich persönlich zum Meistern. Ja, aber das ist ja unrealistisch. Ich habe einen Tipp, der hat schon mal funktioniert. Ich glaube, Raren einanden hat sehr viel Frust auf der Seele und deshalb tippe ich 7-0. Das wird auf jeden Fall, hast du noch irgendeinen Bonustipp dabei? Ich meine, bei 7-0, wer trifft viermal? Daniel Jonen. Letztes Mal habe ich gesagt, dass Jeremy Bong einen Headtrick erzielt. Das hat leider nicht funktioniert. Ich gehe jetzt einfach mal dieses Mal auf Markus Klauser. Der hat in dem Spiel damals zwei Tore erzielt. Er legt am Sonntag dann noch eins drauf und sagt, Markus Klauser, für einen Bonuspunkt, macht einen Headtrick und schießt damit vor allem im Alleingang Raren einhalten zum Meistertitel. Da würde ich sagen, geben wir beide auch noch einen Bonustipp ab. Ich habe gestern noch mit Loro Lamberts gesprochen und habe gesagt, wenn R. Rocher hat hochschießt, dann sitzt er am Tag danach hier im PPP. Er hat schon gesagt, ja, er sieht es kommen. Deswegen sage ich, Loro, du schießt Rocherrad hoch. Dann werde ich den Lieblings-Bonustipp Tims anrichten und ich sage, Robin Schins erzielt zwei Treffer. Ja, ich würde sagen, die Bonustipps haben dieses Jahr ja eigentlich noch nicht so gut gefruchtet. Es wird langsam mal Zeit, dass damit mal wirklich einer Punkte macht. Ja, ich befürchte, dass am Ende der Saison Tim damit gut Punkte macht, aber gut. Ja, das wäre es. Also mein Gut, sein Tipp ist ja eigentlich auch der einfachste von uns dreien, weil Loro Lamberts muss eben nur ein Tor schießen, Robin Schins gar zwei und Markus Klauser muss das Netz sogar dreimal treffen. Wir werden sehen. Aber ich würde sagen, damit haben wir es beschlossen. Wir freuen uns auf eine spannende Fußball-Schlussphase in den Provinzklassen, die ja leider durch eine Pokalwoche unterbrochen wird, aber gut. Nächste Woche dürfen wir hoffentlich den ersten Meister küren und darauf würde ich sagen, freuen wir uns schon ganz doll und sagen bis dahin, tschüss und bis nächste Woche. Bis dann, auf Wiedersehen. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.